Wenn ich an meine Frau denke, denke ich zuerst an ihren Kopf. Ich stelle mir vor, wie ich ihren schönen Schädel einschlage, ihr Gehirn seziere, um Antworten zu finden. Auf die wesentlichen Fragen in jeder Ehe. Woran denkst du gerade? Wie geht es dir? Was haben wir uns angetan? Was werden wir uns noch antun? Was ist, ich sehe immer noch antun? Ich spiele den bildern. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020